Es ist ein Paradebeispiel an unglaublicher Malerei. Ich trufe nicht umsatz, einmal mehr, ist Romaco einer der Vorläufer des Explosionismus. Beim Anton Romaco können wir durchaus davon sprechen, dass er sein absoluter Lieblingsmaler ist von uns, oder? Also ich deute auf dich, aber... Ja, ich glaube, das können wir sofort einvernehmen. Anton Romaco gehört zu den ganz, ganz, ganz großen Lieblingen von Kiesian Schweiger. Und wir haben hier ein Bild aus den 70er Jahren in Rom entstanden. Und er zeigt uns ein Thema, das künstlerisch interessant ist, aber gar nicht ausgewählt worden ist aus künstlerischen Gründen, sondern weil es damals hochmodisch war, die Schäfer und Schäferinnen der Campagna, des Rom umgebenden Landes zum Thema zu machen. Wobei man natürlich sagen muss, du bist jetzt vorgepeischt mit der Datierung der späteren 70er Jahre. Wir haben ja immer wieder Diskussionen, es gibt eine Publikation, die wurde vom Delvedere herausgegeben. Und ich glaube, da könnte man noch viel mutiger datieren. Ich glaube, diese gesamte Datierung von Anton Romaco ist, da hört man immer nur so Ende der 70er Jahre, frühe 80er Jahre. Das wäre eigentlich mal eine schöne Aufgabe für uns, oder? Ja, also für mich nicht mehr. Ich bin schon ein bisschen zu alt, wenn es auch so schön ist. Und ich würde mich zwar sehr gerne mit dem Romaco Dauern beschäftigen, wenn er wirklich ein faszinierender Künstler ist, aber das wäre eine Arbeit, die sich in meiner Lebenszeit nicht mehr ausgeben. Bitte, ich muss kurz dieses Thema ansprechen. Wir haben nämlich hier ganz intensive Diskussionen geführt bezüglich dieser Hand. Ich weiß nicht, bist du im Team Hand oder bist du im Team nicht so im Team? Dir gefällt es gut? Mir gefällt sie außerordentlich gut. Also unser herrlicher Herr Schweiger, der hat sich da ein bisschen darüber, wie sagt man so, mokiert, beschwert, aufgeregt. Die hat ein bisschen was Artifizielles, nicht? Sie kommt irgendwie so in einer Eigenartigkeit, in einer Eigenartigkeit daher. Aber es wurscht, oder? Es ist, in kurzen Sätzen, das Wesentliche der Malerei ist die Spannung, die Gegensätze. Wenn eine so weiche, fast kindliche Hand einem so schläfzenden, zähnisch schläfzenden Hund gegenübergestellt wird, dann wirkt das was an Emotion, auch über formale Geschichten. Genauso wie, wenn das weiche oder fast schöne Gesicht auf dem Gesicht des Hundes so offenen Maleskapaden ausgesetzt wird, oder einem fast abstrakten, informellen Himmel. Dann geht es um diese Gegensätze. Es geht um die Gegensätze in der Malerei. Und ich halte gerade, während die Hand bearbeitet, wie alles andere, wie das Bild in sich zusammenkracht. Gut, das sehe ich eigentlich auch so. Jetzt muss man noch etwas erklären, weil es mir jetzt gerade aufgefallen ist. Wie erklären wir uns denn diese eigenartig blauen Augen? Wo ja das Blaue der Augen nicht aus den Pupilen kommt, sondern aus dem Bereich, aus dem Bild Weiß. Naja, er ist ja schon einer, der sehr früh blau als Farbe der Schatten erkennt. Bei ihm gibt es schon praktisch zeitgleich, wenn nicht sogar früher, zu den Impressionisten blaue Schatten. Und Weiß würde, das wäre ja auch, man braucht sich immer nur die Alternative vorstellen. Stell dir vor, diese, das wäre zu viel. Aber das ist auf jeden Fall, ich meine, das ist wirklich ein spezielles Charakteristikum dieses Bildes. Ja. Das ist ein junger Hirte mit den wahrscheinlich ungewöhnlichsten blauen Augen der Kunstgeschichte. Es reiht sich ein, es gibt ja in der Österreichischen Galerie in Belvedere diesen Fischerknaben, der einen Korb voller Fische hat. Es reiht sich ein in diese fast frühexpressionistischen, halbfigurigen Darstellungen von Campagna-Kindern oder jungen Arbeitern. Und es ist ein Paradebeispiel an unglaublicher Malerei. Ich kann nur noch einmal darauf hinweisen, allein dieses Lammfilm ist gemalt wie eine informelle Malerei des 20. Jahrhunderts. Und nicht umsatz, einmal mehr, ist Romaco einer der Vorläufer des Expressionismus. Wie schon der Kokoschka zugegeben. Ja, Kokoschka schon zugegeben. Wir zwei und der Oskar Kokoschka sind wahrscheinlich die größten Romaco-Fans. Ja, der Leopold war es auch, ja. Und zum Beispiel die Sammlung Ortner ist es auch. Und es gab ja schon verschiedene Ausstellungen. Ich erinnere dich, die Österreichische Galerie hat vor ein paar Jahren eine gemacht, das Leopold-Museum. Also er ist ein Anerkannter, vielleicht sogar einer der wichtigsten Maler ausgehenden 19. Jahrhunderts, weil er wirklich den Boden für Neues bereitet. Filmische Malerei. Ich denke, Sie alle kennen den Tegedorf von ihm, dieser bei der Seeschlacht von Lissabon, wo er oben steht und fast filmisch wird dieses Bild aufgebaut. Ja, kurz bevor die Handgranate explodiert. Ja, ja, die Lägel hängt auch in der Luft. Er ist auch ein punktueller Maler. Dass der Knabe auch noch so ein Goldmedaion da hat, verweist das bei aller Wildheit. Doch der liebe Gott da dafür ist, oder ist es die Maria, Mutter Gottes oder so? Also, ein bisschen einen Schutz kann man immer gebrauchen. Ein prachtvolles Bild. Wir lieben es. Leider gehört es nicht mehr uns. Wir lieben es so sehr, dass wir es trotzdem besprechen wollen. So ist es ja. Um das zu sagen vielleicht, das ist ein Bild aus dem Museum. Das muss man glaube ich nicht sagen. Dann sagen wir es nicht. Dann schneiden wir es weg.